So, hallo und herzlich willkommen bei Wärtschüss in einer neuen Folge Borderlands. Jetzt habe ich auch den Schlüssel. Das gröntende Auto ist auf dem Kran. Hol die Bummskutsche da runter und fahr damit zum Festival. Hat ein bisschen gedauert, ich musste einfach nochmal die ganze Map hier neu laden und dann passt das. Jetzt schaue ich an den Kran ran. Wahrscheinlich hier oben irgendwie. Also nicht. Schicke Karre, springt rein und fahrt zum Festival-Tour. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mörderzirkus. Ich hoffe, ihr kommt mit meiner Rentung voran. Ich kann Sägeblätter hören. Ich frage mich, wie viele Umdrehungen pro Minute nötig wären, um menschliches Blut beim ersten Kontakt zu vernebeln. Ich halte euch auf dem Laufenden. Okay. Natürlich immer mit. Hier macht du keine Geräusche. Wo muss ich denn hin? Ist hier noch richtig? Jo. Warum so traurig? Was hast du dir dabei gedacht? Das war ich nicht viel. Jo komm, mach gleich da. So. Kommt. Hier machen wir ordnungsgemäß die Treppe. Macht der Trotzung kaputt? Du bist außer Will. Geh deinem Ruhm in Karnivora entgegen. Hey, das Auto war goldrichtig. Ich muss jetzt aber wieder Roland's Grab bewachen. Geh und rettet... Karnivora. Da gehst du ja von Land zu Land hier. Ich bin mal gespannt, wird nicht viel für ein Gegner wartet. Ja, komm. Kammerjäger. Die Übertragung von Karnivora im Econet hat begonnen. Die Opferung geht gleich los. Lass dich nicht aufhalten. Rette Tennis. Kinder der... Boah, ist ja schon wieder so ein Riesengelände. Kammer. Wer ist bereit für unseren besonderen Live-Scream? Der Ergneiser 9000 ist geölt und eisersbereit. Wir haben heute ein geniales Vorprogramm für euch. Aber während ihr euch auf die große Kammer vorbereitet, hier ein Blick hinter die Kulissen. Mit unserem Star. Drehblerin Penance. Du bist eine bekloppte Wissenschaftlerin aus dem Adel. Woran denkst du gerade? Oh, ich bewundere gerade die aufwendige Tötungsmaschine, die ihr da zusammengeschraubt habt. Das rostige Blatt. Die konfuse Abschrägung. Die Kapazität zur Beendigung menschlichen Lebens. Selbst von diesen Ketten aus kann ich sehen, dass da viel von euch drinsteckt. So, Begeisterung sollte nicht da sein. Ich hab hier ein paar Level-Waffen ja freigespielt. Ich weiß auch nicht, was für ein Update-Junier da ist. Ich weiß auch nicht, was für ein Update-Junier da ist. Viele Waffen. Dann nehmen wir uns erstmal die mit. Gucken, was die so drauf haben. Boah, die Musik ist ja ätzend. Bisschen Money sammeln hier. Da kommt man nicht an die ran. Ah, da ist sie. Wer bist du? Äh, was meinst du? Bei meiner Brustmuskulatur. Das ist Sansi Kahl. Sie moderiert ihr heißeste Baditen-Gameshow von Pandora. Oh, du musst gewinnen, damit sie sich unsterblich in mich verliebt. Tu es, tu es, tu es. Oh Mann, ist sie gruselig, oder was? Oh, ich liebe sie so sehr. Ich bin so verliebt. Ich will Babys mit dir machen. Ich habe einen Plan, wie ich sie beeindrucke. Ich hacke mich in ihre Gameshow und ändere ein paar Dinge im bester Pro-Money. Und kann es aber gehen? Ja, okay. Ich spreche banditisch und du nicht. Ich bin auf dem Podium. Ich bin auf dem Podium. Okay, ich hacke mich jetzt in die Systeme der Show. Sie sagt, ihr sollt euch bereit machen. Oh, sie ist unglaublich. Hau auf den Buzzer! Okay, welcher Bandit schmeißt die besten Killer-Partys? Vaughn, der Austrainierte? Oder McDump-Opie? Ich denke, wir kennen die Antwort darauf. Die Antwort ist B! Ich sage dir, nimm mich! Komm schon, Bro! Was soll das werden? In Ordnung. Die werden es merken, wenn ich alle Fragen ändere. Also, diese hier lautet, wer ist der hübscheste pandoranische Obermacker aller Zeiten? Ist es Handsome Jack oder Trikalypse? Ja. Ach, ich wusste es! Okay, sie steht auf oberkörperfreie Typen mit durchtrainierten Körpern. Alles klar, diese Party kommt in Fahrt! Und jetzt, wer... Oh, ich kenne die Antwort. Wer hat die heißesten, definiertesten Bauchmuskeln der Galaxis? Komm schon, das weißt du, Herrbliches! Ist es der Typ hier? Tut es genau jetzt! Okay, na los, na los, na los, Sohn! Ist unmöglich! Wer ist die mächtigste Sirene? Unsere Retterin und in jeder Hinsicht ein Sinnbild der Perfektion. Oh, Mann. Okay, du weißt, was sie hören wollen. Verdammt! Das sollten sie eigentlich nicht machen! Ach, diese Tyreen-Kalypso! Ah, Blutfeder! Ja, Herr... Okay, bringen wir den Sieg nach Hause! Ich kann nicht verlieren! Welchen überqualifizierten Banditen-Zingel mit einem hinreißenden Cape und Bauchmuskeln aus Stahl sollte Sanzi unbedingt daten? Was? Oh, das ist eine gute Frage. Oh, so eine Dreckspisse! Ja, doch, was ist das Glück? Ich bin nur schön, ich sehe, wie das ganze Rubbler! Sie kann ihre Augen nicht voll mir lassen! Hahaha! Nebenbei gesagt, habe ich die Show komplett manipuliert, damit du gewinnst. Egal, wie blöd du dich anstellst. Glückwunsch! Dreckige Betrüger! Ich hasse Betrüger! Hol keine Betrüger! Wer hat euch nicht... Ich bin der Lächste! Und bei Ihnen wird Suppe aus deinen Bühnen trinken! Karten ist so, ich kann euch entzeugen! Ich bin eine verdammte Legend! Stop Tyreen, das ist mir leicht, du! Oh, sie fragt nach mir! Okay! Sag ihr, was für ein hammergeiler Kerl ich bin! Und dass ich... Los, schreibt ihr das auf! Dass ich der blutrünstigste Todeskönig auf dem Planeten bin! Und... Stark! Und... Dass ich einen mächtigen Arsch habe! Okay! Echt heißer Kerl, das sage ich dir! Er hat mal den Kopf eines verfeindeten Banditenhäuptlings mit seinen Brustmuskeln zerquetscht! Echt jetzt! Oh Mann, sie ruft mich, ich muss los! Einen besseren Kumpel kann man sich als Todeskönig nicht wünschen! Hey Sansi, was geht Kleine? Och, ich chille nur ein wenig auf meinem Knochenthron. Das ist ein Thron aus Knochen. Und bei dir so? Aha! 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 Willst du meinen Arsch sehen? Ja! Abgeschlossen! Passt! Machen wir das Thema mal durch. Da oben ist noch so eine Kleinigkeit. Die wir kurz erledigen können. Ah, die geht hier draußen lang. Okay. Das wird heute echt geil, Leute! Unser erster Act ist ein Bullimon Wilderer vom Sonderschelm! Aslan Bewege aus, seine Leute haben mich durch ganz Pandora verboten. Ich hab mich in jedem Kackehaufen versteckt, aber irgendwann war klar, dass ich nicht ewig wegrennen konnte. Also ab! Ezekiel hat dich für seinen Auftritt im Ergenizer 9000 die pneumatischen Stapelfallen ausgesucht. Na los geht's! Wir brauchen eine Tierfalle! Zeitverschwendung! Oh, Platsch! Guter Lauf, Ezekiel! Man sieht dich in der großen Kammer! Anhänger, schickt uns euer Iridium! Sehr gut! ...Warscht! Ist eine schöne Waffe! Geh, du! Langweilig! Es ist auch mal wieder dauernd. Was ist das? Meine Güte. Können wir auch hier. Und vorbei. Ah, was schön ist. Ich bin der Läntö. 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 Markentreue ist alles safe. So. Da geht es los. Zum nächsten Fight würde ich sagen. Deswegen machen wir hier jetzt etwas verfrüht Feierabend. Und nächste Folge schauen wir uns mal hier den Bossfight an. Ich sage danke zu sehen. Bis dahin. Und tschüss. Gibt es weiteres ruhmreiches Blutvergießen im Namen unserer Geliebten?